Hallo, ich bin Tina aus dem technischen Vertrieb. Und ich bin Rainer. Wir zeigen euch jetzt unsere drei Lösungen für das Trapezblechdach. Alle drei Systeme sind für Trapezbleche zugelassen mit einer hochsiecken Breite von mindestens 22 Millimeter. Starten wir mit dem Multi-Rail System. Das System ist schnell und einfach, denn das Bauteil ist Dachanbindung und Montageschiene in einem. Mit wenig Materialeinsatz und flexiblen Längen bietet das Multi-Rail System die ideale Lösung für die Landscape bzw. liegende Montage. Mit bauaufsichtlich zugelassenen Dünnblechschrauben befestigen Sie die Multi-Rail direkt auf dem Trapezblech. Beim Mini-Rail System sind auch Kurzschienen im Einsatz, die wie beim Multi-Rail System über bauaufsichtlich zugelassene Dünnblechschrauben mit dem Trapezblech verbunden werden. Die Kurzschiene sorgt für geringe Transport- und Lagerkosten. Praktisch ist die Möglichkeit mit der Mini-Five eine zusätzliche 5 Grad Aufständerung zu realisieren. Das bringt deutlich mehr Ertrag durch die verbesserte Hinterlüftung und den optimierten Einstrahlungswinkel. Durch die drehbare universelle Modulklemme Mini-Klem können Sie die Module ganz einfach Portrait sowie Landscape montieren. Wenn Sie mehr zur Montage der Mini-Rail und Mini-Five wissen möchten, dann nutzen Sie unser Montagevideo mit Marco und Udo. Einem anderen Prinzip folgt unser Speed-Rail-System. Das Langschienensystem ist schwimmend gelagert und ermöglicht eine kontrollierte thermische Ausdehnung, da die Schiene nicht direkt mit dem Trapezblech verbunden ist. Ermöglicht wird die thermische Längenausdehnung durch die Montage der Speed-Clips auf den Hochsiegen und den Speed-Locks als Sicherung. Beim Speed-Rail-System ist ein Kreuzverbund mit der Single-Rail möglich. Das System ist sowohl für die Portrait- wie auch die Landscape-Montage geeignet. Besonders bei Sandwich-Trapezblechdächern bietet sich das Speed-Rail-System mit der thermischen Entkopplung an. Und zu guter Letzt bietet das Speed-Rail-System eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Selbstverständlich können Sie alle drei Lösungen schnell und unkompliziert mit unserer Software BASE planen. Sollt ihr noch weitere Fragen haben, dann meldet euch bitte bei uns. Vielen Dank fürs Zuschauen.